Willkommen. Mein Name ist Kerstin Schickenanz und als ehemalige selbstständige Beraterin habe ich bereits vielen Startups bei ihrem Gründungsvorhaben unterstützt. Nun bin ich Dozentin für Entrepreneurship an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Mein Ziel ist es vor allem, den nichtbetriebswirtschaftlichen Fachbereichen unternehmerische Bildung durch das Gründungskurriculum zu etablieren und somit den Handlungsspielraum der Studierenden zu erweitern. Auch wenn nur wenige Studierende ihr eigenes Unternehmen gründen werden, bin ich absolut davon überzeugt, dass auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer enorm von den unternehmerischen Denk- und Handlungsweisen für ihre eigene Karriere profitieren werden. Um dieses Ziel zu erreichen, biete ich hochschulweite Kurse zum Thema Entrepreneurial Skills and Mindset, Business Design, Social Entrepreneurship und Marketing für nicht profitorientierte Organisationen an. In diesen Kursen vermittle ich grundlegende Theorien sowie aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, die darlegen, wie sowohl traditionell Profit- als auch nicht profitorientierte Organisationen Innovation identifizieren und effizient umsetzen können. Durch interaktive Lehrmethoden wie Design Thinking, Fallstudien und Praxisprojekte ermutige ich meine Studierenden in einem sicheren und geschützten Umfeld ihre Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn der Gründungsfunke überspringt. Im MBA Startup Development lehre ich hauptsächlich im Modul Gründungs- und Innovationsprojekt mit meinen beiden Kollegen. Das in allen vier Semestern angeboten wird und somit ein wichtiger Bestandteil des Curriculums ist. In diesem Modul haben Studierende die Möglichkeit, das Gelernte aus den anderen Fächern praktisch anzuwenden und das eigene Gründungsprojekt voranzutreiben. Dabei durchlaufen sie den kompletten Gründungsprozess von A bis Z. So beginnen wir im ersten Semester mit den grundlegenden Modellen des Unternehmertums und Managements. Hier lernen die Studierenden, wie man erfolgsversprechende Geschäftsideen findet und wie man sie validiert, um zu testen, ob sie überhaupt funktionieren können. Ist eine Idee gefunden, geht es weiter mit der Planung, Kommunikation und Umsetzung. Im zweiten Semester geht es um Markt- und Unternehmensstrategien. Hier setzen wir uns mit verschiedenen Geschäftsmodellen auseinander, machen eine erste Marktanalyse und erstellen einen Business Model Canvas als Grundlage für den späteren Businessplan. Im darauffolgenden Semester geht es hauptsächlich um rechtliche Rahmenbedingungen und Finanzierungsmöglichkeiten. Studierende erstellen eine erste Kalkulation und präsentieren einen realistischen Finanzplan vor potenziellen Investoren. Im letzten, also im vierten Semester, schreiben Studierende ihre Masterarbeit. Dafür arbeiten sie eigenständig an einer konkreten wissenschaftlichen Fragestellung aus dem Bereich Entrepreneurship. Parallel dazu wird das eigene Gründungsprojekt konkretisiert und zur Implementierungsreife gebracht. Der Höhepunkt ist der finale Pitch vor einer erfahrenen Jury. Das war nur ein grober Überblick über das Gründungs- und Innovationsprojekt. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann schau dir meine Videos zum Thema unternehmerische Gelegenheiten, Problemidentifizierung und Prototyping an.